Als ich heute Morgen am Autohaus vorbeigekommen bin, da war da mal wieder eins dieser Plakate. Kaufen? Och nö, ich miete lieber, dann kann ich das Auto, wenn ich es nicht mehr brauche, zurückgeben und bin total flexibel. Ich nutze das Auto nur, solange ich es auch brauche. Und dann dachte ich mir so, naja, das wäre eigentlich eine coole Sache für den Crowdloan. Die Dots, die miete ich mir einfach für die Zeit, wo ich die brauche während der Crowdloans. Und dann gebe ich die wieder zurück, wenn ich sie nicht mehr brauche. Geht das? Und dann dachte ich so, naja, aber es scheitert sehr wahrscheinlich daran, wie beim Auto auch an den Zinsen. Das Ganze rechnet sich nicht. Und dann habe ich einfach mal nach den aktuellen Zinsen geguckt. Zurzeit ist es tatsächlich gar nicht so einfach, Dots irgendwo auszuleihen. Die Börsen haben im Grunde eigentlich nichts in der Hinsicht. Also von weder Craig und Binance noch andere Börsen haben irgendein Produkt in der Hinsicht, zumindest soweit ich weiß. Und da ja jetzt DOT wirklich nur auf Polkadot läuft und auf Polkadot noch gar nicht so viele Projekte sind, muss man woanders schauen. Und fündig geworden bin ich hier auf der Binance Smart Chain, denn es gibt eine Variante vom Polkadot Token auf der Binance Smart Chain. Und der entspricht dem DOT Token. Man kann ihn auch dann rüberschicken auf das Polkadot Wallet. Und hier bei Venus kann man wirklich DOT Tokens ausleihen. Es gibt hier diesen Borrow Market. Und wenn wir uns mal anschauen, hier gibt es die ganzen Assets. Und hier unten irgendwo in der Liste kommt der DOT. Und dann schauen wir mal, was ist denn das hier für ein Zinssatz? Minus 0,89 Prozent. Also das bedeutet, wenn ich mir hier DOT Tokens leihe, dann zahle ich 0,89 Prozent Zinsen pro Jahr. Und das ist natürlich eine ziemlich attraktive Angelegenheit. Und dann habe ich weiter überlegt, wie kann man das Ganze jetzt strukturieren? Und die Idee ist eigentlich ganz einfach. Wir leihen uns die DOTs auf dem aktuell niedrigen Zinsniveau aus und investieren die in die Crowdloans. Bevor wir jetzt hier in die Einzelheiten gehen, noch ein kleiner Hinweis von meiner Seite. Herzlich willkommen in der Danger Zone. Hier verliert ihr eure Tokens in 80 von 100 Fällen auf jeden Fall. Dafür bekommt ihr eine 100-prozentige Spaßgarantie. Was wir machen, ist super riskant, ist super kompliziert. Und es gibt einige Fallstricke, die schief gehen können. Deshalb ist das Ganze wirklich nur etwas für Hartgesottene. Man sollte wirklich nur das investieren, was man auch bereit ist zu verlieren, weil diese ganze Sache hier schon ziemlich ausgeklügelt ist. Und weil man schon wissen muss, was passiert wann und wie reagiert man darauf. Auf der anderen Seite habt ihr hier in diesem Video die Chance, mal ein paar DeFi-Komponenten kennenzulernen, die man dann wie Lego-Bausteine miteinander kombinieren kann, sodass etwas ganz Neues rauskommt. Und das ist eigentlich die Idee hinter Decentralized Finance, hinter DeFi, nicht die einzelnen Protokolle. Das ist auch ganz schön, dass man die hat. Die Grundidee dahinter ist aber, dass diese Protokolle beliebig miteinander kombinierbar sind und dann eben wie beim Lego-Baukasten neue Gebilde entstehen können, die dann auch wieder einen ganz eigenen Nutzen haben und sich verselbstständigen. Und das ist so ein bisschen hier die Idee hinter dieser ganzen Angelegenheit. Und bevor man in so etwas Kompliziertes und Komplexes einsteigt, ist es immer wichtig, dass man mit einer These in die ganze Sache reingeht. Denn es ist schwierig, wenn man so viele bewegliche Teile hat, zu überprüfen, ob die Idee überhaupt noch funktioniert und herauszufinden, an welcher Stelle es sich dann nicht mehr lohnt, das ganze Konstrukt aufrechtzuerhalten und wo man einfach aussteigen muss. Und diese These hier, die besteht in folgendem. Aktuell müsste eigentlich die Nachfrage nach Darlehen in Dots ziemlich hoch sein, weil ja die Crowdlons laufen, die Leute brauchen Dots und warum nicht einfach sich die Dots ausleihen? Aber das ist zurzeit definitiv nicht der Fall, sondern wir haben ja schon seit einiger Zeit eine Korrektur im Kryptomarkt und zurzeit scheint eher eine Nachfrage nach Stablecoins zu bestehen. Denn die Leute haben bei sinkenden Kursen offenbar natürlich irgendwie das Bedürfnis nach Stablecoins, nach Stabilität. Und das bedeutet auch, dass zurzeit die Guthabenzinsen auf zum Beispiel dem USDT, dem Tether, aber auch auf anderen Stablecoins auf einem sehr hohen Niveau ist, während die Darlehenzinsen auf Dots sehr niedrig sind, denn der Markt ist verunsichert und man möchte raus aus den volatilen Assets und das scheint das überwiegende Sentiment zu sein im Vergleich zu dem, der Gier quasi nach Dots für die Crowdloans. Und das Ganze kann man nachher, also das kann man jetzt nochmal nachschauen, ob das so stimmt. Und so sieht es aktuell heute am 18.11. auf dem Kryptomarkt aus. Wir haben ja also immer noch eine sich fortsetzende Korrektur. Wir hatten einen Support bei 60.000 US-Dollar, der hat ja eine Weile gehalten. Das sieht man hier also in diesem kleinen Chart. Ich will jetzt nicht allzu detailliert in die ganze Sache reingehen. Dann gehen wir einfach nur mal einmal ganz kurz in diesen Chart von Bitcoin rein, und zwar die letzten 14 Tage. Und da sieht man, dass hier die letzten Tage der Support bei ungefähr 60.000 Dollar gehalten hat, aber heute gehen wir dann noch weiter runter durch die 60.000 nach unten. Das Ganze liegt meiner Einschätzung nach daran, dass letzte Woche der langersehnte Bitcoin-ETF, von dem auch alle gedacht haben, dass er endlich mal genehmigt wird, nicht durchgegangen ist. Und schon machen sich also die Anleger wieder aus dem Staub. und meinen jetzt also, dass es nicht mehr spannend ist, hier in Krypto zu sein. Und irgendwann wird hier auf jeden Fall auch ein Boden erreicht werden. Und dann wird es auch wieder hochgehen. Aber aktuelles Sentiment sieht wohl eher danach aus, dass noch weiter abverkauft wird. Schauen wir mal in den Fear & Greed Index. Der Fear & Greed Index ist jetzt heute am 18.11. auf neutral, mit einer leichten Tendenz zu Greed. Wir haben aber letzte Woche Extreme-Greed gehabt. Da ging es ja weiter hoch wegen des Bitcoin-ETFs. Und das Ganze hat sich also jetzt ein bisschen beruhigt. Wobei die Tendenz besteht, wenn jetzt dieser Support bei 60.000 wirklich nicht hält, dass das Ganze meiner Meinung nach auch noch eher in Fear umschlägt und dass es dann noch weiter runter geht. Aber irgendwann wird es einen Boden geben und dann geht es wieder hoch. Ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass der Kryptomarkt jetzt schon in einem Winter ist, in einem Kryptowinter, in einem Bärenmarkt, sondern dass es einfach nur eine Korrektur ist und dass es danach weiter hochgehen wird. Das führt dann dazu, dass die Zinssätze auf Stablecoins, hier haben wir den USDC, dann haben wir den USDT, dann haben wir den BUSD, alles liegt so im 14%-Bereich. Irgendwo weiter unten müsste der DAI auch noch kommen. Hier ist er, der ist jetzt im 12%-Bereich und das bewahrheitet sich also aktuell. Hohe Nachfrage nach Stablecoins, das Crowdloan, die Crowdloan-Angelegenheit spielt hier beim allgemeinen Sentiment keine allzu große Rolle. Das erkennt man natürlich dann auch daran, dass hier der Dotte eben auf einem sehr niedrigen Zinsniveau ist und das ist für uns natürlich die Gelegenheit, jetzt hier mitzuarbeiten. Und die These besagt jetzt also unsere These, von der wir ausgehen, Guthamenzinser und Zinsen auf USDT auf hohem Niveau, Darlehenzinsen auf dort niedrig, hat sich ja gerade eben bewahrheitet. Und das Zutrauen in den Markt wird wiederkommen, die dort Zinsen werden steigen und dann muss man aus dieser ganzen Strategie auf jeden Fall wieder raus. Das ist also hier die grundlegende These und diese These ist wichtig, denn anhand dieser These muss man im Prinzip die ganze Strategie bewerten, während das Ganze läuft. Also wir müssen regelmäßig überprüfen, stimmt es noch, wird das Zutrauen in den Markt wiederkommen oder sind wir im Kryptowinter? Dieses ganze Thema muss man weiter beobachten. Ansonsten spielt es uns bei unserer Strategie ziemlich in die Karten, wenn es jetzt noch weiter runter geht und darüber sprechen wir jetzt im Einzelnen. Das Ganze können wir jetzt folgendermaßen ausnutzen. Und zwar haben wir unsere Plattform Venus.io und die ist ein bisschen so wie so ein magisches Sparschwein, ein normales Sparschwein. Das wirft ja keine Zinsen ab, aber bei Venus.io, bei dem Sparschwein ist es so, wir tun Geld rein und dann bekommen wir darauf dafür Zinsen, also mehr eine Art Sparbuch. Die Idee ist, dass wir hier erstmal eine Investition machen in irgendeiner beliebigen Höhe. Ich habe jetzt hier 5000 USDT angesetzt. Und wir machen ja hier so eine gewisse Zinsarbitrage. Und wenn man über Zinsen spricht, dann braucht man wahrscheinlich eher schon eine höhere Einlage. Es bringt nicht viel, wenn man jetzt hier mit 100 US-Dollar oder so reingeht, weil einfach die Zinsen dann verschwindend gering sind. Ich finde dann, der Aufwand lohnt nicht. Aber natürlich, wenn man jetzt einfach dieses ganze Prinzip mal nachvollziehen möchte und mal selber ausprobieren möchte, dann lohnt es sich tatsächlich auch mal einfach mit 100 US-Dollar da reinzugehen. Dann wird man zwar nichts verdienen, aber man wird eine ganze Menge dabei lernen. Also wir legen jetzt hier in dieses magische Sparschwein Venus.io 5000 US-Dollar ein und bekommen dafür 14% Zinsen. Wichtig dabei, der Zinssatz, der schwankt, auch während der Einlage. Das heißt, wenn wir jetzt eine Einlage machen und die jetzt zur Zeit der Zinssatz 14% ist, dann ist das nicht so, dass es so bleibt über ein Jahr, sondern der Zinssatz ändert sich, kann sich quasi mit jeder Sekunde oder mit alle 5 Sekunden ändern. Ich glaube, es ist alle 15 Sekunden bei Venus.io. Und das hängt einfach davon ab, wie viel an USDT schon in dem Sparschwein von allen Leuten drin ist. Also wenn man alle Einlagen von allen zusammen addiert, dann kommt da eine gewisse Reserve, eine Summe raus. Und diese Summe, wenn die steigt, dann ist ja viel von USDT da. Dann geht der Zinssatz runter, damit die Leute mehr Lust haben, sich was auszuleihen. Und wenn wenig USDT in diesem Pool drin ist, dann werden die Zinsen steigen, damit die Leute mehr einlegen, um das Ganze wieder aufzufüllen. Also der Zinssatz schwankt alle 15 Sekunden, kann zwischen 12 und 18% wirklich auch quasi minütlich schwanken. Aber die größten Schwankungen entstehen einfach durch große Marktbewegungen, Marktverschiebungen. Denn es ist die Frage, wie viele Leute brauchen jetzt Stablecoins. Wenn viele Leute Stablecoins brauchen, dann werden sich viele die Stablecoins eben leihen. Dadurch geht der Bestand runter, die Zinsen hoch. Ist also eigentlich Angebot und Nachfrage. Und dann ist es bei diesem magischen Sparschwein so, dass man sich auch noch Sachen leihen kann von dem Sparschwein. Und das machen wir hier in dem Fall. Wir leihen uns nämlich jetzt 40 DOT. Und warum genau 40 DOT? Darauf gehe ich gleich auch nochmal ein. Da gibt es einen wichtigen Zusammenhang. Aber wir bekommen einen Zinssatz von 0,8% pro Jahr auf die DOT. Auch dieser Zinssatz schwankt entsprechend, wie ich es eben erklärt habe. Das heißt also, wir müssen 0,8% Zinsen pro Jahr bezahlen. Und damit sind wir ja schon hier automatisch zinspositiv. Denn wir haben ja 14% auf 5.000 US-Dollar und wir haben minus 0,8% auf 40 DOT. Schauen wir uns die Zinsbetrachtung nochmal etwas genauer an. Dieses ganze Konstrukt. Ich würde das jetzt mal so veranschlagen für etwa 28 Tage. Weil in 28 Tagen ungefähr ist der erste Crowdloan auch vorbei. Oder der erste Batch von den Crowdloans. Und dann ist diese ganze Idee erstmal hinfällig, bis die zweite Auktion, der zweite Schwung an Auktionen losgeht. Wie sieht das mit den Zinsen aus? Also USDT sind 5.000. Wir haben hier also 53 USDT an Zinsen. Die Berechnung steht da. Könnt ihr ja versuchen nachzuvollziehen. Also 28 Tage aufs Jahr gerechnet. Der Anteil dann von den Jahreszinsen und so weiter. Da kommen 53 USDT Einnahmen bei raus. Bei den DOTs sieht es dann so aus, dass wir 0,025 DOT zahlen auf die Laufzeit von 28 Tagen. Weil ja hier der Zinssatz sehr viel niedriger ist. 0,8 Prozent. Das ergibt dann also 0,025 DOT, die wir also an Zinsen zahlen. Und hier ist schon mal eine Sache super wichtig. Denn die Zinsen, die werden in der Währung ausgezahlt, die wir hier eingelegt haben. Also wir haben hier jetzt Zinsen in Form von DOT und die können durchaus im Wert schwanken. Und beim USDT ist es auch so, dass man also die Zinsen in Form von USDT bekommt. Aber da der USDT an den US-Dollar gebunden ist, 1 zu 1 gebunden ist, schwanken die Zinsen beim USDT nicht im Dollarwert. Klar, also die 53 USDT sind immer 53 USD wert. Vorausgesetzt es passiert nichts komisches mit dem Stablecoin. Und beim DOT schwanken also die Zinsen, wenn der DOT im Kurs hochgeht, dann sind unsere 0,025 DOT Zinsen, die wir bekommen, eben auch mehr wert. Aber nach aktuellem Stand sind die ungefähr 1 USDT wert. Also aktueller Stand heißt, der DOT-Kurs liegt so bei 40 USD. Das ergibt dann eben Einnahmen von 52 USDT. Und zum Spaß mal ausgerechnet, das ist ein Zinssatz, positiver Zinssatz von 14 Prozent. Wir haben also jetzt die schöne Situation, dass wir anders als draußen auf der Straße nicht quasi Zinsen, Mietzins bezahlen müssen für etwas, was wir uns ausleihen, sondern wir leihen uns etwas aus und wir bekommen dafür auch noch was zurück. Aber es gibt natürlich auch einen kleinen Haken und der Haken besteht darin, dass wir hier eine Kreditlinie haben. Und die Kreditlinie, die beträgt 60 Prozent der Einlage und zwar in US-Dollar gerechnet. Das hier ist eine ganz, ganz entscheidende Angelegenheit in der Sache, die man hier nicht unterschätzen darf, denn unser Darlehen, das schwankt ja im Wert. Und das bedeutet, wenn der DOT steigt, dann nähern wir uns auch mehr dieser Kreditlinie an. Und es kann auch sein, dass wenn der DOT zu sehr steigt, dass wir diese Kreditlinie dann überziehen, weil die 40 DOT ja dann viel mehr wert sind. Und 60 Prozent von unserer Einlage, die ja fest bleibt, die also im Wert nicht schwankt, sind ja ungefähr 3000 US-Dollar. Und wenn die 40 DOT durch den Kursanstieg mehr wert sind als 3000 US-Dollar, dann überziehen wir unsere Kreditlinie und dann kommt es zu einer Liquidation. Und eine Liquidation besteht letztendlich darin, dass ein Teil unserer Einlage gelöscht wird. Die verlieren wir und dafür wird dann eben das Darlehen um einen bestimmten Teil auch runtergesetzt. Und wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich jetzt nochmal in der Grafik, weil dieser Part hier sehr, sehr wichtig ist. Und zwar habe ich hier einfach mal drei Säulen aufgetragen. Und die erste, die blaue Säule, die besteht darin, das ist unsere Sicherheit, unsere Einlage, die wir in USDT eingelegt haben. Es geht hier immer nur um Dollarwerte. Wir haben also 5000 Dollar eingelegt. Die blaue Säule geht bis zu 5000. Die orange Säule in der Mitte, das ist die Obergrenze dessen, was wir uns ausleihen können, auch in US-Dollar gerechnet, ungefähr 3000 Dollar. Das ist das Maximum, das ist unsere Kreditlinie. Die graue Säule, das sind die DOTs, die wir uns ausgeliehen haben, und zwar deren Wert in Dollar. Und wenn wir uns 40 Dollar ausleihen, dann sind wir bei 1600 Dollar wert. Und hier unten, das hier, das ist quasi der Kurs vom DOT. Und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn der Kurs vom DOT fällt auf 30 Dollar. Wie sehen dann die Säulen aus? Also der Kurs fällt jetzt auf 30 Dollar. Was passiert dann? Dann sinkt der Wert unseres Darlehens. Weil wenn der DOT im Kurs sinkt, dann ist unsere Entnahme von 40 DOT nachher auch weniger wert. Die Säulen sehen also dann, wenn der DOT auf 30 Dollar fällt, folgendermaßen aus. Der DOT fällt, die Sicherheit bleibt gleich. Ist ja klar, ist ein Stablecoin, die Menge bleibt gleich. Die Obergrenze bleibt dadurch auch gleich, nämlich 60 Prozent davon sind 3000 Dollar. Und der Wert unseres Darlehen sinkt. Man kann also auch sagen, wir haben mehr Spielraum bis zur Obergrenze. Der Abstand zwischen dem grauen Balken und dem orangen Balken ist größer geworden. Wir können also mehr entnehmen. Und das ist zum Beispiel schon mal ein Teil dieser Idee, dass wenn jetzt also die Korrektur weitergehen sollte, dann können wir einfach immer mehr DOTs uns rausnehmen, weil wir ja nicht Gefahr laufen, an diese Obergrenze zu stoßen. Und dadurch können wir also unser Darlehen immer weiter erweitern, wie wir Lust haben. Hauptsache, wir bleiben immer genau unter dieser Obergrenze. Und ich habe jetzt beschlossen, für diese Strategie erstmal sehr vorsichtig an die Sache ranzugehen und nicht diese Obergrenze voll auszuschöpfen, weil dann natürlich jede kleinste Kursschwankung nach oben dazu führt, dass wir liquidiert werden. Und das wollen wir am Anfang jetzt erstmal vermeiden. So, und jetzt gucken wir uns mal den Fall an, was passiert, wenn jetzt auf einmal der DOT auf 80 Dollar steigen sollte. Dann wird natürlich der Wert unseres Darlehens extrem steigen und wir sind am Ende dann über der Obergrenze. Und das ist der Moment, wo dann die Liquidierung passiert. An dem Moment passiert die Liquidierung. Und was passiert jetzt bei der Liquidierung? Zum einen wird die Hälfte von den USDT, also die Hälfte unserer Sicherheit, wird verkauft. Damit haben wir einen Verkaufserlös. Und dieser Verkaufserlös ist ja die Hälfte der Tokens. Es bleibt die Hälfte übrig und die andere Hälfte wird verkauft. Und mit dem Erlös, was ja in diesem Fall 2500 Dollar sind, werden DOT Tokens gekauft auf dem freien Markt. Und zwar zum aktuellen Kurs. Und diese DOT Tokens, die werden dann quasi benutzt, um das Darlehen erstmal auszugleichen. Daher wird unser Darlehen sinken, weil wir ja für 2500 Dollar Dots, weil die automatisch gekauft werden auf dem Markt, also 2500 Dollar, werden auf dem Markt eingesetzt, um Dots zu kaufen. Und damit wird dann quasi dieses Darlehen zurückgezahlt. Der Gegenwert von 2500 Dollar in DOT wird also abgezogen von unserer Einlage. Und dadurch geht natürlich das Darlehen runter. Und nach der Liquidierung sehen die Säulen dann so aus. Wir haben weniger Einlage und wir haben auch weniger DOT in dieser Position drin. Also die Einlage und die ganze Position wird nicht vollständig aufgelöst, sondern sie wird so reduziert, wie ich es jetzt gezeigt habe. Und dadurch haben wir auch eine neue Obergrenze, denn die neue Obergrenze liegt ja bei 60 Prozent unserer Einlage, die sich halbiert hat. Und dadurch hat sich dann letztendlich die Obergrenze auch halbiert. Aber weil ja unser Darlehen erheblich geschrumpft ist durch den Verkauf der USDT Tokens, dadurch ist eben auch unser Darlehen gesunken und jetzt wieder deutlich unter der Obergrenze. Und ab dem Moment geht das ganze Spiel natürlich wieder von vorne los. Das heißt, wir haben ein Risiko, dass wenn der DOT Token steigt, dass dann die Liquidierung stattfindet, unsere Position reduziert wird. Während wir aber gleichzeitig die Chance haben, wenn jetzt der DOT Kurs weiter sinkt, dann können wir unser Darlehen erweitern und können immer mehr DOTs rausziehen, die wir dann ja irgendwie auch in die Crowdloans investieren können. Jetzt nochmal ins Detail, wie sieht das aus mit der Vor- und Nach der Liquidation, weil das ist durchaus überraschend. Liquidation klingt immer so ein bisschen unangenehm und das klingt so wie eine Sache, die man auf jeden Fall vermeiden sollte. Dass das nicht der Fall ist, das sieht man, wenn man jetzt mal ganz genau nachrechnet. Und zwar haben wir also unsere Einlage von 5000 DOTs. Quatsch, ich sage mal DOTs. Also unsere Einlage von 5000 US-Dollar. Wir haben ein Darlehen genommen in Höhe von 1600 US-Dollar. Aktueller Kurs vom DOT ist 40 Dollar. Dann mal 40 DOTs sind also 1600. Die müssen wir abziehen. Wenn wir also, wir haben Plus unsere Einlage, Minus unser Darlehen, dann haben wir eine Entnahme gemacht von 1600 US-Dollar, weil wir ja die 40 DOTs in unserem Wallet haben. Wir haben die ja entnommen. Wir haben also auf der einen Seite eine Einlage eingelegt bei Venus. Wir haben eine Entnahme gemacht, die man davon abziehen muss. Und dafür haben wir aber das in unser Wallet reingekriegt. Die DOTs und die sind ja wieder im Plus. Und das ergibt eine Summe von 5000 US-Dollar. Nach der Liquidation sehen die Zahlen dann so aus. Unsere Einlage hat sich halbiert, 2500 US-Dollar. Unser Darlehen hat sich aber auch halbiert und zwar auf 700 US-Dollar, weil ja jetzt der Kurs vom DOT 80 ist. Und es sind, nachdem man also jetzt für 2500 Dollar DOTs eingekauft hat und die dann quasi damit das Darlehen getilgt hat, sind nur noch 8,75 DOTs im Darlehen drin. Mal 80 ergibt 700. Dafür ist aber unsere Entnahme gleich geblieben, nämlich 40 DOTs. Nur der Kurs hat sich geändert auf 80, sodass das, was in unserem Wallet ist, eben nicht mehr 1600 Dollar wert ist, sondern 3200 Dollar. Und das ergibt überraschenderweise dieselbe Summe, nämlich 5000 Dollar. Wir haben also überhaupt gar nicht Verlust gemacht durch die Liquidation. Aber, jetzt kommt ein großes Aber. Die Liquidation, die kostet was. Und zwar eine Gebühr von 10% auf irgendwas, was da so gerechnet wird. Und da gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein, weil das hier jetzt nicht so besonders wichtig ist. Wir haben also hier irgendwie einen Verlust von ungefähr 250 US-Dollar gemacht durch die Liquidation, weil derjenige, der das Ganze hier durchführt, die Plattform oder der User, der die Liquidation für die Plattform durchführt, der bekommt auch was dafür. Und das sind ungefähr 10% von irgendwas. Und sagen wir mal, es sind 250 US-Dollar, es können auch nur 125 sein, nimmt die Zahl nicht allzu ernst. Jedenfalls werden wir durch die Liquidation ein bisschen Verlust machen. Diesen Verlust, den können wir ja ausgleichen, zum Beispiel dadurch, dass wir bei den Crowdloans was verdienen, dass wir Zinseinnahmen haben und dass ja eventuell, wenn die ganze Geschichte abgelaufen ist, irgendwann vielleicht die Kurse auch wieder hochgehen und wir dann Kursgewinne zu verzeichnen haben. Insofern hat man also hier auf jeden Fall eine Chance, diesen Verlust wieder wettzumachen. Und eine andere Idee wäre natürlich, sich gegen die Liquidation in irgendeiner Form abzusichern. Wenn es um die Risiken geht und um deren Absicherung, dann haben wir hier in dem Konstrukt eigentlich zwei Hotspots, um die man sich kümmern muss. Der eine besteht darin, dass wir ja dieses Kursschwankungsrisiko haben mit der Liquidierung. Wir haben 40 DOT ausgeliehen und die steigen im Wert, wenn der DOT-Kurs steigt und dann reicht irgendwann unsere Einlage von 5000 USDT nicht mehr aus, um das Ganze zu besichern. Das führt dann zur Liquidierung und die wollen wir eventuell vermeiden. Das ist eine separate Überlegung, ob man die wirklich vermeiden will, ja oder nein. Da muss man nochmal in Ruhe drauf eingehen, vielleicht in einem anderen Video. Aber gehen wir mal davon aus, man möchte jetzt die Liquidierung wirklich verhindern, dann muss man da irgendwie mit umgehen, falls der DOT zu sehr steigt. Und die ganze Sache kann man lösen, zum Beispiel, indem man mit einer Einlage arbeitet, die auch im Wert steigt. Denn wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben eine Korrektur am Kryptomarkt, das betrifft den gesamten Kryptomarkt, bis auf wenige Ausnahmen. Aber wenn der Bitcoin wieder steigt, wird der DOT auch wieder steigen, zumal vielleicht auch durch die Crowdloans und durch die Supply-Verknackpunk ein Kurssteigerungspotenzial vom DOT wirklich gegeben ist. Dann wäre es natürlich eine Idee, dass man einfach nach und nach die USDT wieder innimmt und stattdessen Einlagen in irgendeinem anderen Asset, wie zum Beispiel den Bitcoin macht. Und wenn man also davon ausgeht, dass sowohl der Bitcoin als auch der DOT mehr oder weniger in Tandem steigen, dann braucht man diese Position hier eigentlich gar nicht weiter zu managen. Außer, dass man eben jetzt so Abweicher sich ab und zu mal anguckt. Aber wenn also beides hochgeht, Bitcoin und DOT, und man baut eine gewisse Sicherheitsreserve ein, dann wird man hier quasi nie irgendwelche Probleme kriegen. Das kann man natürlich auch schrittweise gestalten. Das heißt, man lässt einfach einen Teil drin in USDT, nimmt einen Teil raus, wandelt den um in Bitcoin und legt den wieder ein, sodass man also nach und nach dieses Risiko ein bisschen mildert. oder man macht es direkt auf einmal, wenn man merkt, die ganze Angelegenheit dreht sich wieder, der Markt geht wieder hoch, dann zieht man direkt raus, die ganzen 5000 und tut die Bitcoin rein, wobei die Reihenfolge natürlich anders sein muss. Das heißt, es setzt eine gewisse Liquidität voraus. Man kann ja nicht die Sicherheit rausziehen und das ganze Konstrukt in der Luft hängen lassen. Man muss also im Prinzip erst eine Einlage von Bitcoin machen und kann danach dann die Tether rausnehmen. Aber das ist ja eine technische Angelegenheit, vorausgesetzt man hat die Liquidität. Dann gibt es eben noch einen zweiten Hotspot und das ist eigentlich die langfristige Perspektive, weil wir haben hier eine Konstruktion, um die man sich definitiv ab und zu mal kümmern muss, je nachdem, wie die Kurse sind. Auch das Zinsniveau ist ja variabel. Also wenn jetzt irgendwann die Zinsen sehr, sehr unterattraktiv werden, dann wird es auch Zeit, dieses ganze Konstrukt in irgendeiner Form wieder aufzulösen. Und wir haben aber jetzt, wenn wir unsere DOT-Tokens in Crowdloan einzahlen, eine Zwei-Jahres-Perspektive und das widerspricht sich. Wir haben auf der einen Seite quasi ein Konstrukt, das für die Kurzfrist gedacht ist und haben gleichzeitig aber uns langfristig festgelegt. Und da muss irgendwo eher auch eine Lösung hin und das würde ich mit Bifrost lösen. Bifrost ist eine Plattform auf Polkadot. Das ist also jetzt eine Idee, nur in diesem Video gehe ich da gar nicht drauf ein. Jedenfalls gibt es bei Bifrost die Möglichkeit, auch über Bifrost am Crowdloan teilzunehmen und sich über die Zeit nach und nach die 40 DOT zurückzuholen. Das läuft über ein Derivat, das ist das VS DOT. Die bekommt man, also man zahlt bei Bifrost die 40 DOT ein in den Crowdloan von sagen wir mal Lit-Entry, ist jetzt so eine Idee, bekommt dann auch die Lit-Tokens, die einem zustehen, also die Lit-Entry-Tokens. Die 40 DOT sind auch zwei Jahre festgelegt in dem Crowdloan von Lit-Entry, aber man bekommt von Bifrost 40 VS DOT-Tokens zurück und die werden über die zwei Jahre Schritt für Schritt freigegeben, sodass man also die VS DOT in irgendeiner Form auf dem Markt weiterverarbeiten kann, zum Beispiel in DOT umwandeln kann und dann nach und nach sein Darlehen zurückzahlen kann oder in irgendeiner anderen Form weiterverarbeiten kann, sodass man irgendwie näher an das Ziel kommt, die 40 DOT irgendwann aufzulösen, wenn die ganze Kiste nicht mehr funktioniert. So, und jetzt geht es darum, wie setzen wir das Ganze in der Praxis um? Hier sind jetzt 5000 USDT in meinem Wallet drin. Ich bin auf der Binance Smart Chain und ich möchte hier bei Venus.io eine Einlage machen. Das Ganze finde ich hier unter Supply Market. Hier kann ich also Einlagen machen und hier sehe ich die ganzen Assets und hier ist auch schon der USDT. Hier kann ich also 5000 USDT einzahlen. Ich sehe hier auch direkt die Zinssätze und zwar habe ich hier einmal eine Supply APY und eine Distribution APY. Die Summe ergibt dann ungefähr 13,4% und der Sinn dahinter ist, dass hier zum einen der Löwenanteil des Zinssatzes darin besteht, dass ich einfach Zinsen auf meine Einlage bekomme in USDT. Ich lege 5000 ein und ich bekomme jetzt 13, also 12,39% Zinsen auf meine 5000 USDT und die Zinsen werden dann quasi angesammelt in USDT. Zusätzlich bekomme ich aber nochmal Rewards in Form eines der Venus Token. Das ist der Token dieser Plattform. Der wird auch hier langsam an mich ausgeschüttet. Den kann ich also regelmäßig claimen als Rewards und dadurch bekomme ich nochmal einen gewissen Prozentsatz, der sich aber hier nur mit 1,04% auswirkt. Insgesamt ergibt das also ungefähr 13,4%, die hier quasi an Zinsen an mich ausgeschüttet werden. Mit dem einen Unterschied, dass die Supply APY automatisch auf mein Konto kommt hier. Das heißt also, ich zahle 5000 ein und nach einer Woche hebe ich dann etwas mehr als 5000 ab. Während die 1%, die hier quasi noch das i-Tüffelchen sind, die muss ich selber abholen in Form von Rewards, die ich hier ausgezahlt bekomme in Form der Venus Tokens. Die kann ich dann verkaufen und dann habe ich eben auch eine entsprechende Einnahme. Jetzt mache ich hier meine Einlage, Supply. Ich klicke hier auf den Knopf. Ich mache meine Einzahlung und wenn die Transaktion durch ist, dann habe ich quasi die 5000 USDT hier bei Venus hinterlegt. Und jetzt ist die Transaktion durch und wenig später verändert sich dann hier auch die Balance und zwar unter Supply Balance habe ich jetzt 5000 Dollar, die hier hinterlegt sind. Und die 2,77 hier, das ist glaube ich eine Ungenauigkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon die Zinsen sind. Das wäre ein bisschen zu schnell. So, jetzt sehe ich hier also auch direkt meine APY, nämlich die 13,42%, die hier quasi, die ich hier einnehme auf meine Einlage und das ist die Summe aller Zinsen, die insgesamt hier anfallen. Das heißt also einmal positiv auf der Seite und negativ auf der Borrow Seite, auf der Seite, wo ich mir etwas ausleihe. Da ich noch nichts geliehen habe, ist die Borrow Balance auf 0. Zurzeit noch und der Zinssatz setzt sich nur aus der Supply Balance zusammen. So, ich kann mir den Zinssatz auch nochmal anders anzeigen lassen, nämlich ohne die XVS Tokens, also ohne die Venus Tokens und dann beträgt der Zinssatz nur noch 12,37%. Ich schalte das aber jetzt wieder ein, weil das ist ja der wahre Zinssatz, den ich hier habe. Und dann hier auf der Seite sehe ich meinen Available Credit. Das ist quasi die Kreditlinie, die ich hier habe. Und ich kann jetzt, wenn ich Tether eingelegt habe, dann habe ich offenbar eine Kreditlinie von sogar 80%, nicht 60%, wie ich dachte. Das heißt, ich kann also Dot Tokens im Wert von insgesamt 4.000 Dollar ausleihen, wäre dann aber genau am Borrow Limit, also genau an der Kreditlinie. Und wenn sich dann der Dot Token nach oben entwickelt, also wenn dann der Kurs vom Dot Token steigt, auch nur um wenige Cent, dann bin ich sofort, laufe ich sofort Gefahr, liquidiert zu werden. Und deshalb wäre das Ziel, hier dieses Borrow Limit niemals voll auszuschöpfen. Darauf muss man also achten. Die XVS Tokens, die ich auch noch als Zinsen hier bekomme, als Rewards, die finde ich hier unter Vote. Und dann sehe ich hier unter Venus Earned, wie sich langsam aber sicher die Venus Tokens, die ich als Reward bekomme, hier ansammeln. Und alle paar Sekunden verändert sich hier dieser Wert ein bisschen nach oben. Und wenn ich auf Collect klicke, dann kann ich diese Tokens in mein Wallet abholen. Das mache ich jetzt aber nicht, denn das kostet Gas und das lohnt sich hier in dem Moment eigentlich noch gar nicht. Aber hier lohnt es sich schon, alle paar Tage, alle paar Wochen mal nachzuschauen, was sich hier angesammelt hat und das regelmäßig abzuholen. Möglicherweise sogar umzutauschen in USDT oder so und dann damit weiterzuarbeiten, weil das sind ja schließlich unsere Zinsen auch. So, jetzt mache ich also die Entnahme. 4.000 kann ich maximal entnehmen, so viel nehmen wir aber nicht, sondern wir halten uns erstmal an den Plan und sind sehr vorsichtig. Ich suche also hier den Dot aus und kann hier das Safe Maximum entnehmen. Das sind ungefähr 40 Dot. Ich lösche jetzt einfach mal die Nachkommastellen, damit das Ganze etwas übersichtlicher ist. Das Safe Maximum ist quasi nur ein Teil des ganzen Kreditlimits. Das heißt, Safe Maximum heißt hier in dem Fall eben, dass noch ziemlich viel Reserve nach oben gemacht wird, vorgehalten wird. Und das übernehme ich jetzt auch so, aber je nachdem, wie sich der Markt in den nächsten Tagen verändert, ist es vielleicht schlau, hier auch das Maximum auszuschöpfen irgendwann. Klick auf Borrow, sende die Transaktion ab und nach kurzer Zeit habe ich dann die 40 Dot in meinem Wallet. Und auch hier gibt es eine Borrow APY und eine Distribution APY. Das bedeutet, ich zahle zwar 3% Zinsen, aber ich bekomme auch 2,1% Zinsen in XVS Tokens. Also steigen die Rewards an XVS jetzt schneller, wenn ich das Ganze mache und dadurch reduziert sich der Gesamtzinssatz. So, die Transaktion ist durch und jetzt aktualisiert sich hier oben auch die Balance und ich habe jetzt also Dot Tokens im Wert von 1.576 Dollar entnommen. Meine APY hat sich auch verändert auf 13,12%, denn ich habe ja jetzt einen 0, irgendwas Prozent Betrag an Zinsen auch zu zahlen. Schauen wir mal, wo liegt der Zinssatz bei 0,86%. Heißt also, ich habe meine Guthabenzinsen minus diesem Zinssatz und hier sind die XVS Tokens mit enthalten, die sich ja hier ansammeln. Außerdem sehe ich hier das Borrow Limit und das Borrow Limit ist jetzt zu 39% ausgeschöpft. Ich bin also hier ziemlich sicher, ich habe hier noch ganz schön viel Reserve, wenn der Dot Token jetzt steigen sollte, dann wird dieses Borrow Limit hier auch nach oben gehen und irgendwann dann eben hier an die 100% stoßen. Wenn es dann hier an die 100% geht, dann findet eine Liquidierung statt und das wollen wir ja vermeiden. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal zwei Aufgaben beim Managen. Die eine Aufgabe besteht darin, dass ich hier darauf achte, dass ich hier nicht auf 100% komme und das entsprechend dann irgendwie regle, dass ich also quasi den Kreditlimit hier, Quatsch, den Kreditrahmen wieder runterdrücke. Und die zweite Sache, die ich hier nachgucken muss, das ist unter Vote. Schaue ich mir die Rewards an und wenn hier ein substanzieller Betrag zusammengekommen ist, für den es sich Loans zu harvesten, dann hole ich mit Collect diese Rewards ab und verkaufe die. Ich habe jetzt also 40 DOT-Tokens in meinem Wallet. Gleichzeitig habe ich hier bei Wienes Schulden in Höhe von 40 DOT-Tokens plus die Zinsen, die jetzt nach und nach auflaufen. Wenn ich also das Ganze auflösen möchte, dann muss ich zwar die 40 DOT-Tokens zurückzahlen, ich muss aber noch ein bisschen was drauflegen, damit ich auch die Zinsen in DOT abdecke. Hier steht jetzt im Moment noch 40, aber diese Balance, die wird jetzt nach und nach hochgehen. Allerdings zu diesem Zinssatz also sehr, sehr langsam hochgehen. Mein nächstes Problem besteht jetzt darin, dass ich ja irgendwie am Crowdloan teilnehmen möchte und meine DOT-Tokens sind jetzt auf der Binance Smart Chain. Und Binance Smart Chain, da kann man nicht an Crowdloans teilnehmen. Das geht nicht. Ich muss die irgendwie rüberkriegen zu Polkadot. Das ist also jetzt der nächste Job. Dafür bietet es sich an. Relativ einfach. Man benutzt die Börse Binance.com. Vorausgesetzt, man hat da ein Account. Wenn man das nicht hat, dann hat man Schwierigkeiten von der Binance Smart Chain, die DOTs runterzukriegen. Ich weiß da im Moment keinen Weg. Da wird in Zukunft irgendwann mal was kommen, denke ich. Aber das ist noch nicht so weit. Also man braucht Binance.com, um die DOT-Tokens rüberzukriegen zu Polkadot. Ich mache jetzt hier eine Einzahlung von DOTs. Gehe hier auf Deposit. Als Netzwerk wähle ich jetzt die Binance Smart Chain BSC, weil ja meine DOT-Tokens in meinem Metamask Wallet liegen, auf der Binance Smart Chain. Ich kopiere mir hier die Einzahlungsadresse. Und wenn ich die in der Zwischenablage habe, dann gehe ich in mein Metamask Wallet, hier auf die DOTs. Gehe auf Senden. Und schicke die 40 DOT-Tokens an meine Einzahlungsadresse bei Binance. Das ist die BF2 und so weiter. Das passt. Und A7BB ist immer gut, das nochmal nachzukontrollieren, bevor man das abschickt. Also die Adressen stimmen überein, die hier eingetragen wurde. Und diese hier. Schicke das Ganze ab. Und dann sind die 40 DOT-Tokens unterwegs zu Binance. Nach einiger Zeit sind meine DOT-Tokens dann eingegangen in meinem Spot Wallet bei Binance. Und hier in dem Fall habe ich ja noch andere DOT-Tokens auf der Börse gehabt. Und deshalb ist die Summe hier höher. Und jetzt ist der nächste Schritt, die DOT-Tokens zu Polkadot abzuheben. Und das mache ich einfach mit Withdraw. Und jetzt wähle ich als Netzwerk hier nicht die Binance Smart Chain, sondern Polkadot aus, weil ich möchte jetzt zu Polkadot. Gleichzeitig muss ich im Polkadot.js Wallet hier in der Browser Extension meine Polkadot-Adresse finden. Und das mache ich, indem ich hier auf diese drei Punkte neben der Adresse klicke und hier als allererstes einmal die Polkadot-Relay-Chain einstelle. Wenn ich das umgestellt habe, dann sehe ich hier die Adresse und die kann ich dann hier mit diesem Knopf kopieren. Jetzt ist die in der Zwischenablage und trage die dann hier bei Binance unter Address ein. Nehmen wir noch die 40 DOT-Tokens raus. Also es sind jetzt nur noch 39,9, weil Binance ein bisschen was einbehält und hebe das Ganze dann eben ab. Und dann geht der ganz normale Binance-Abhebeprozess los, den ihr ja auch schon kennen müsstet. Nach einiger Zeit kommen dann die 40 DOT-Tokens auch in meinem Polkadot-JS-Wallet an. Das Ganze kann ich nachschauen, indem ich hier auf polkadot-js.org gehe, auf Account und dann hier Accounts. Dann öffnet sich diese Seite, dann sehe ich hier meine Accounts. Ich habe hier zwei Stück und ich habe überwiesen oder abgehoben auf das Main Account. Hier sieht man die 41 DOT-Tokens. Ich habe nur 40 abgehoben, es waren aber 1,3 DOT-Tokens schon auf diesem Wallet drauf. Und von hier aus kann ich jetzt natürlich auch an den Crowdloans teilnehmen. Mache ich aber nicht. Also hier unter Networks, Parachains, Crowdloan, könnte man jetzt zum Beispiel bei Lit-Entry einzahlen über Contribute. Wo haben wir es? Über Contribute könnte man jetzt hier bei Lit-Entry einzahlen. Und das mache ich jetzt nicht, weil wir haben hier ja immer noch das Risiko, dass wir unsere DOT-Tokens auf der einen Seite nur geliehen haben, auf der anderen Seite hier aber zwei Jahre festlegen. Und um jetzt zu verhindern, dass wir hier in Schwierigkeiten kommen, auf die lange Sicht, werde ich nicht über dieses Vehikel hier einzahlen, sondern das Ganze über Bifrost machen. Und das ist ein Thema für ein separates Video. Jetzt nochmal ganz kurz, schauen wir nochmal auf die To-Dos, die sich jetzt hier aus dieser Position ergeben. Da ist zunächst einmal die Aufgabe, dass wir regelmäßig unser Borrow Limit checken, also die Kreditlinie, inwieweit die ausgeschöpft ist. Und dabei nicht vergessen, dass wir auch mehr von der Kreditlinie ausschöpfen können, wenn der DOT sinkt. Das Ganze schaut mal nach bei Venus.io. Und zwar hier an der Stelle sieht man, wie weit entfernt man von der Liquidierung ist, wenn dieser Balken voll ist. Also wenn das hier bei 100% ist, dann ist die Kreditlinie voll ausgeschöpft und dann wird es Zeit, etwas zu unternehmen. Unter anderem eben könnte man, das wäre ja eine Idee hier, ein Asset einsetzen, das mit dem DOT zusammensteigt, wie zum Beispiel den Bitcoin hier oder den Ether. Die werden nicht genau gleich schnell steigen oder fallen, aber wenn der Markt irgendwie im Aufwärtstrend ist, dann wird sowohl Ether als auch DOT steigen und wenn es einen Abwärtstrend gibt, dann wird der Bitcoin auch mit fallen oder der Ether mit dem DOT. Und deshalb kann man eigentlich, wenn man hier eine Sicherheit hinterlegt, das Ganze ein bisschen abpuffern. Die zweite Sache ist, dass wir regelmäßig unsere Rewards bei Venus abholen müssen und in USDT umtauschen oder in irgendeine andere Währung, die uns jetzt gefällt, die wir gut brauchen können. Und das Ganze findet man bei Venus.io an dieser Stelle. Unter Vote gibt es hier Venus Earned und hier mit Collect. Das ist dann eine Transaktion, kann man die Rewards abholen und die befinden sich dann im Wallet. und dann gibt es noch die Aufgabe regelmäßig zu checken, ob eigentlich die Zinssätze noch stimmen, weil die ja variabel sind und wenn sich die Situation dreht und man für die Dots mehr Zinsen zahlt, als man für seine Einlage bekommt, dann wird es auch, glaube ich, ein bisschen Zeit, sich aus dem Staub zu machen, denn dann macht man ja mit dem Ganzen hier auf Dauer eher Minus. Das Ganze checkt man folgendermaßen. Hier im Dashboard von Venus sieht man hier also die APY, die man verdient. Hier ist das Asset, USDT, 14% und im Borrow Market findet man dann die Zinsen, die man zahlt oder noch einfacher, man schaut sich einfach diese Zahl hier im Kreis an. Wenn die negativ wird, dann macht man Minus. Und eine weitere Möglichkeit, die ich durchaus valide finde, ist, dass man die ganze Sache einfach sich selbst überlässt ab einem bestimmten Zeitpunkt, denn wir haben ja 5000 USD eingelegt, also US-Dollar eingelegt und wir haben dafür eine bestimmte Menge an Dots bekommen. Jetzt im ersten Schritt waren das nur 40 Dots und daraus ergibt sich dann, wenn man sich jetzt überhaupt nicht mehr darum kümmert, ein Einkaufspreis von 125 US-Dollar pro Dot. Das ist natürlich jetzt aus heutiger Sicht, wenn wir bei 40 US-Dollar sind, noch relativ weit entfernt. Aber man muss einfach das so sehen, wir haben 5000 US-Dollar eingezahlt bei Venus und egal, was mit den 5000 Dollar passiert, durch Liquidierung oder sonst irgendwelche anderen Dinge, die 5000 US-Dollar sind weg. Dafür haben wir 40 Dollar in unser, nicht 40 Dollar, sondern 40 Dot in unser Wallet reinbekommen. Also kann man im Prinzip sagen, der Deal war 5000 Dollar bezahlt, 40 Dot bekommen, ergibt einen Einkaufspreis von 125 und wenn es jetzt einem gelingt, das Kreditlimit weiter auszuschöpfen, wir waren ja bei 39 Prozent jetzt gerade, wir könnten also theoretisch wirklich bis 100 Prozent des Kreditlimits gehen und wenn dieses 100 Prozent des Kreditlimits dann 80 Dot zum Beispiel wären, dann sprechen wir ja schon von einem Einkaufspreis von 62,5 US-Dollar pro Dot und da sind wir ja schon relativ nah an dem aktuellen Stand von 40. Wenn also jetzt der Dot einfach immer weiter steigt, dann wird der Wert, den wir in unseren Wallet haben, der Wert unserer Entnahme, einfach auch immer weiter steigen und irgendwann dann eben auch über 5000 US-Dollar liegen und dadurch wären wir ja dann im Plus, egal was bei Wien ist, passiert und insofern kann man also, wenn jetzt der Dot weiter steigt, ganz gemütlich abwarten, bis man hier im Plus ist und dann diese ganze Position im Prinzip vergessen oder irgendwann mal wiederkommen und irgendwie auflösen, wenn man Lust hat, da nochmal Arbeit reinzustecken und vielleicht lohnt es sich ja auf irgendeine Art, wer weiß, wie es in der Zukunft aussieht. Man darf ja einfach nicht vergessen, die Dots, die man hier bei Venus entnimmt, die gehören einem, die bleiben im eigenen Wallet, egal was bei Venus passiert, diese Dots hat man und wenn man die dann in Crowdloan eingezahlt und Rewards bekommen hat und weiter damit arbeiten kann und so weiter, dann hat man ja da irgendwie auch was von gehabt und man muss es dann eben vergleichen mit dem realen Einkaufspreis, den man hier hatte, wenn man die Sache sich selbst überlässt. Das ist das, was man hier also machen kann und in einem nächsten Video gehe ich dann darauf ein, wie man Bifrost nutzen kann, um quasi sich die Dots, die man in den Crowdloan eingezahlt hat, wiederholt, zumindest über die Laufzeit des Partchain-Slots, also über die nächsten zwei Jahre nach und nach sich das Ganze wiederholen kann. Musik